Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Und heute, ja, wieder mit so einem kleinen Wut-Video. Ja, weiß noch gar nicht so genau, wie ich das gleich anfangen soll, aber egal. Also alle die, die jetzt erwartet haben, heute kommt ein Video über meine zweite PV-Anlage. Das kommt dann demnächst. Ich muss das hier erstmal machen, damit ich wieder ein bisschen klar im Kopf habe. Ich möchte mich vorab kurz beim Maik, beim Ludger und beim Andreas bedanken. Die mir über Paypal kleine Geschenke gemacht haben für meinen Kanal und für die gute Videoarbeit, wie sie schreiben. Ich bedanke mich bei euch dreien und gerne weiter. Ich mache das gerne weiter so. Ja gut, also ein Wut-Video. Warum ein Wut-Video? Normalerweise sollte ich ja diese Woche so ganz happy sein. Also ich war letzte Woche relativ krank, habe mich jetzt ein bisschen erholt, bin fast wieder gesund. Das ist schön. Ich habe in dieser Woche 300 neue Abonnenten gewonnen. Also von letzter Woche Freitag bis diesen Freitag. Ich bedanke mich bei euch allen, die ihr neu abonniert habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und an sich, wie gesagt, dann haben wir das Osterpaket, das ja ganz gut, in Anführungsstrichen, gut ausgefallen ist. Es ist nicht ganz so hoch, wie ich es mal ganz am Anfang erwartet hatte oder gehofft hatte. Aber es ist doch dann jetzt auf einem Niveau, wo wir mit leben können. Und so hat sich die ganze Arbeit, diese ganzen Stunden in den endlosen Diskussionen mit Politikern vielleicht so ein bisschen ausgezahlt. Ich weiß nicht, wie hoch mein Anteil daran ist. Sehr, sehr viele andere Leute. Ich grüße mal den Christian an dieser Stelle, der mit mir zusammen in einigen Meetings gesessen hat. Und auch einfach nur ein einfacher BV-Betreiber ist. Und naja, wir haben da zusammen gesessen bei einigen und das war ganz gut so. Und so haben wir da auch einen kleinen Minisieg errungen. Und das ist auch ganz schön. Und ja, also eigentlich sollte ich doch total zufrieden sein, oder? Ja, gut. Und dann ist aber etwas, das mir schon wieder seit einer Zeit auf den Nuss geht. Und das hat auch ein bisschen was mit meinen Zuschauern zu tun. Da geht es um die E-Mails, die ich so bekomme. Und es geht auch ein bisschen um andere YouTube-Kanäle. Also ich versuche mal das zu erklären. Also ich kriege am Tag zur Zeit zwischen 30 und 50 E-Mails. Dazu kommen noch Spam-E-Mails, Werbung und, und, und. Und, aber so 30 bis 50 E-Mails, die mich irgendwie für meinen Kanal erreichen sollen. Das ist schon verdammt, verdammt viel. Ist so. Da sind eine Menge Fragen dabei. Oft kurze Fragen, die ich schnell beantworten kann. Dann gibt es einen Teil, Leute, die wollen irgendwie noch ein bisschen Hilfe bei ihren PV-Anlagen. Ob ich mal kurz ein Angebot angucken kann. Und ganz ehrlich, das mache ich immer noch von Herzen gerne. Also ich habe das versucht, eine Zeit lang runterzuschrauben. Aber ich kann das nicht, wenn jemand um Hilfe bittet. Und ich muss nur kurz gucken, dann mache ich das. Ich sage dann manchmal auch, was nicht passt. Einige Dinge fallen mir auf. Sicherlich fällt mir nicht immer alles auf. Also ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass ihr danach eine von mir geprüfte Anlage habt. Das ist einfach nur, ich gucke das Angebot grob durch, ob mir was grob auffällt. Ob es preislich stimmt. Und, und, und. Mehr kann ich im Moment da oder konnte ich bis jetzt im Moment nicht machen. Machen wir demnächst im Rahmen einer Mitgliedschaft ein bisschen besser oder ein bisschen anders wieder. Kommt aber alles. Wie gesagt, dann die ganzen einfachen kleinen Fragen. Du, wie ist das? Wie ist dies? Wie ist jenes? Da muss ich ganz ehrlich sagen, einen großen Teil darunter könntet ihr auch unter die Videos schreiben. Also, das ist wirklich so, ich weiß nicht, warum das so ist, warum manche Leute nicht kommentieren mögen im YouTube. Aber viele, viele Fragen von euch werden auch unter den Videos sowieso schon beantwortet, weil jemand anders sie auch gestellt hat. Einige sind mit genauem Zuhören bei den Videos. Einige skippen anscheinend zu viel und übergehen dann irgendwelche wichtigen Teile. Ich sage ja oft auch was so zwischendurch, was auch nicht ganz unwichtig ist. Heute hat einer geschrieben, ich würde zu viel labern. Aber das ist eben oft so, dass ich einige Informationen auch so zwischendrin gebe. Und wenn man genau zuhört, dann weiß man das auch alles. Gut, einige übersehen das wohl. Das ist aber auch nicht schlimm. Also, wenn da mal jemand eine Frage an mich stellt, ja gut, wenn ich es in einem Satz beantworten kann, ist es gut. Manchmal würde ich mir wünschen, der würde auch mal einfach meine Videos angucken. Weil oft ist es so, dass das Anschauen der Videos schon viele Fragen beantwortet. Gut, das ist auch nicht das, was mich so richtig wütend macht. Was mich wütend macht oder ein bisschen stinkig gemacht hat, ist, aktuell habe ich jetzt einige Videos bekommen zu YouTube-Kanälen, die Dinge über das Osterpaket veröffentlicht haben. Sind in der Hauptsache ein paar kleinere Kanäle. Die kannte ich gar nicht, gebe ich ehrlich zu. Also, auch nicht wichtige Kanäle, Kanäle mit 50, 80, 100 Abonnenten. Ja gut, die haben da irgendwas kopiert von irgendwoher und haben das dann schnell rausgetreten. Sollen sie machen, ist auch in Ordnung. Und wenn sie dann, wer so einen Kanal guckt, in Einführungsstrichen, und sich dann nicht nochmal bei den Großen ein bisschen zurückinformiert und dann einfach alles glaubt, was da so gesagt wird, naja, ist halt so. Na, ein Kanal, zwei Kanäle sind aufgefallen, die ein bisschen größer sind, sogar größer als meiner, die da ein paar Falschmeldungen gebracht haben. Ja gut, das ist dann auch so. Wie gesagt, kriege ich dann alles per E-Mail? Hast du das und das gesehen? Guck mal, dieses Video, der erzählt da doch Unsinn. Gut, das ist blöd. Das ist eigentlich schade, wenn irgendwelche Kanäle irgendwelchen Unsinn erzählen. Bei ein paar Kanälen habe ich ja auch schon gegengehalten. Ihr wisst, beim Fachwerker habe ich eine Reaction gemacht auf ein Video, das ein bisschen komisch war. Ich habe beim Laudelein eine Reaction gemacht. Bei unserem Staubsaugervertreter habe ich eine Reaction gemacht auf Unsinn, der da verbreitet wurde und, 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 und. Also, in sich sind diese E-Mails auch gut, weil ich dann auch erfahre, dass da irgendwas läuft, weil ich kriege das gar nicht alles mit. Ich kann ja nicht selber alle Kanäle gucken. Ist ja ganz klar. Aber was mich jetzt in diesem Fall aktiv gewundert hat, war, mir wurde also über einen Kanal von mehreren Zuschauern unabhängig geschrieben, guck mal, was der da für einen Scheiß erzählt hat. Und ich habe mir das Video dann angeguckt, und es sind jetzt inzwischen sogar zwei, und ja, da war ein bisschen viel Unsinn drin. Was mich nur so gewundert hat, ist, von den Zuschauern, die mir geschrieben hat, waren darunter keine Kommentare. Und das ist etwas, was ich merkwürdig finde. Es ist ja schön, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, aber macht doch bitte auch den YouTuber selber darauf aufmerksam, dass er Unfug erzählt. Also, ähm, das ist schön, wenn ihr mich dann wieder fragt, ist das wirklich so? Äh, obwohl ich gerade vorher ein Video gemacht habe, da ging es jetzt auch um die Mischvergütung, ähm, wo ich wurde gefragt, ob ich das dann richtig erklärt hätte, weil der würde das ja ganz anders erklären. Ja, dann fragt den doch mal, woher er meint, dass das so ist. Ne, könntet ihr doch auch. Unter diesen Videos waren eigentlich fast keine Kommentare, die negativ zu dem Inhalt des Videos waren. Und das finde ich dann komisch. Ich meine, wenn ich irgendwas gegen das Video auszusetzen habe, dann muss ich es doch auch unter dem Video posten. Äh, ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich versuche, in den Kommentaren dieser Videos da irgendwas gerade zu rücken. Das ist aber eigentlich nicht mein Job. Und ich kann auch nicht zu jedem YouTuber, der Scheiße erzählt, Entschuldigung, Unsinn erzählt, gleich ein Reaction-Video machen. Also, wenn es richtig extrem ist, wie bei den vorhin genannten, dann mache ich das natürlich gerne. Aber ganz ehrlich, ich möchte euch bitten, ihr könnt mich da gerne darauf aufmerksam machen, aber dann macht bitte auch den darauf aufmerksam, der das Video zu verantworten hat, dass er da Unsinn erzählt, dass er da mal drüber nachdenken soll und dass er das vielleicht wieder runternimmt, weil da was drin falsch ist oder es zumindest richtig stellt oder sonst irgendwas. Es macht sonst keinen Sinn. Gut. Das ist der Teil. Das sind also im Moment, das waren einige E-Mails in letzter Zeit, nicht nur, wie gesagt, nicht nur zu diesem Thema, auch zu anderen Themen. Ich kriege da also ständig Nachrichten, wenn da irgendjemand scheiße ist. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht jedes Video auf YouTube angucken. Es tut mir wirklich leid. Also, wenn ihr mir dann tausend Links schickt und... Nee, geht nicht. Ist so. Gut. Wobei sich dann natürlich auch immer die Frage stellt, warum macht jemand über ein Thema Videos, von dem er keine Ahnung hat. Wie gesagt, bei dem einen konnte man genau sehen, wo er es her hatte, weil er hat da zwei Fehler eingebaut, die in einem Artikel drin waren. Und lustigerweise hat er die beiden Fehler dann auch gleich so berichtet, ohne sie zu korrigieren. Also war klar, wo er es her hatte. Ja. Man könnte sich halt auch einfach informieren und ein bisschen recherchieren, bevor man ein Video macht. Aber das ist ja für einige ein bisschen zu aufwendig. Lieber irgendwie einfach irgendwas drehen. Und für mich war das Thema Osterpaket natürlich einfacher, weil ich ja seit Monaten in dem Thema bin, selber mitgekämpft habe, um eine bessere Vergütung. Ihr habt ja meine Videos mit Felix und so sicherlich auch gesehen. Und wie gesagt, bei den Politikern war ich halt auch mit in den Verteilern. Ich bin ja auch noch in einigen E-Mail-Verteilern. Das muss ich jetzt auch mal langsam sehen, wie ich da überall wieder rauskomme, damit ich nicht irgendwie erfahre, was die SPD morgen zum Mittag ist und so. Das interessiert mich nämlich irgendwie gar nicht. Aber gut, das kriegen wir auch alles irgendwie wieder hin. Ja, was mich dann noch so aufregt, sind so Sachen in Kommentaren. Also ich habe ja ewig gesagt und ich glaube, das war noch bis zu 6.000 Abonnenten, habe ich eigentlich keinen einzigen Abonnenten je gelöscht. Also ich habe vielleicht mal einzelne Kommentare gelöscht. Meistens allerdings auch Werbespam mehr. Aber eigentlich gab es nie einen Grund, Kommentare zu löschen. Und seit geraumer Zeit fängt das an, dass da Leute unterwegs sind. Na gut, das kommen die Hater natürlich so ein bisschen. Also PV ist doof, PV ist zu teuer und macht den Strom teurer und, und, und. Ich glaube, da habt ihr kein Problem mit, wenn ich die lösche. Ich glaube, das ist in eurem Sinne, wenn wir uns um diese Leute nicht kümmern müssen. Die müssen sehen, was mit ihnen im Kopf nicht ganz richtig ist und vielleicht sich mal informieren. Das ist das eine. Da kommen aber auch Leute, die andere ansteckern. Also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, es gibt keine blöde Frage. Es gibt nur blöde Antworten. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass jemand eine Frage stellt, die, naja, gut, klar, mit ein bisschen mehr Wissen kann man sie beantworten und dann ist die Frage auch doof. Wenn man aber neu im Thema ist, ist die Frage vielleicht gar nicht so doof. Man hat einfach was nicht verstanden. Und dann ist es ja auch schön, wenn jemand nachfragt und nicht einfach irgendwie so, wie könnte das wohl sein? Ach egal, ich denke mir mal irgendwas. Besser ist dann Fragen und dann richtig Wissen und dann ab sofort auch weiter verbreiten können. Ja, da gibt es dann immer so Reaktionen, also es sind viele Nette, die dann eine nette Antwort geben, aber einige halt, du bist ja dumm. Ich habe also letztens, ich weiß gar nicht, wie oft ich das, du bist ja dumm und du hast keine Ahnung, also nicht nur auf mich bezogen, da ist mir das auch völlig egal, aber auch auf Zuschauer bezogen, in letzter Zeit gelöscht habe. Ganz ehrlich, das lösche ich dann, weil das sind Beleidigungen der anderen Zuschauer, das muss nicht sein. Also bitte an alle, die sich nicht so ganz unter Kontrolle haben, bevor ihr was abschickt, guckt nochmal drüber, dass das keinen beleidigt und keinen irgendwie zurücksetzt oder sonst irgendwas. Und selbst wenn einer eine blöde Meinung hat, könnt ihr da trotzdem ordentlich drauf reagieren oder versuchen, ordentlich drauf zu reagieren. Oder ihr reagiert da gar nicht drauf, das geht auch. Aber nicht hier von wegen, du bist doof und so, weil das ist so Kindergarten, du bist doof, das ist Kindergarten, das müssen wir nicht machen. Und das will ich eigentlich auch nicht so gerne. Das ist halt so. Also sowas, alles du bist doof, du bist dumm und das lösche ich. Ob es jetzt mich direkt betreffen soll, da finde ich es manchmal sogar lustig. Aber wenn es dann andere Zuschauer betrifft, dann wird das gelöscht. Das tut mir leid, aber das machen wir jetzt so. Nützt ja nichts, da können wir uns auch nicht drüber diskutieren. Dann noch was zum Thema E-Mails. Es gibt so Kandidaten, die stellen mir Fragen, wo ich sage, die Antworten habe ich schon tausendmal gegeben. Und zwar die ganzen Themen. Cloud, Pachten, was gibt es da noch? Flatrate, ist ja auch eine Art von Cloud und, 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 und. Das alles lohnt sich nicht. Das lohnt sich auch nicht beim 175. Vorschlag, auch nicht von einer Firma, die, die man noch gar nicht so kennt und die ein ganz neues System hat, weil dieses ganz neue System schmeckt auch nicht nach Himbeer und riecht auch nicht nach Vanille. Also, einen Großteil, einen großen Teil E-Mails könnte ich mir ersparen, wenn ihr mich nicht danach fragt, ob sich diese Cloud, diese Miet, dieses Mietangebot und diese Pacht und dergleichen rechnet. Sie rechnen sich alle nicht. Woran liegt das? Wenn ich nämlich Gewinne mit PV erwirtschaften will, dann kommen die immer aus der PV. Diese Firmen wollen Gewinne mit PV erwirtschaften, also holen sie den Gewinn aus der PV. Die PV gehört aber euch, also holen sie den Gewinn von euch. Ihr habt also dann immer weniger. Das ist eine ganz logische Sache, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Es gibt eigentlich kein einziges Modell, das in irgendeiner Form irgendwie finanziell leicht irgendwo besser wäre. Ich weiß, es gab bei Martin mal einen Fall mit der Sonnenflat, wo der User sich zumindest hingerechnet hat, dass er da etwas besser mitfährt. Ich habe das nicht kontrolliert. Ich kann das auch nicht kontrollieren. Ich habe die Daten ja nicht. Ich bezweifle das noch, dass er da wirklich besser mitgefahren ist. Aber gut, er meint das ja. Aber das mag dann mal ein Einzelfall sein. Ein ganz, ganz kleiner Einzelfall in einer Vielzahl von Fällen, wo sich das niemals rechnet. Das heißt im Allgemeinen, lasst den Scheiß sein. Baut eure PV selber, bezahlt die selber oder nimmt ein Darlehen dafür auf oder sonst was. Macht keine Miet, keine Pacht, keine Cloud, keine Flat, keine irgendwas. Macht das einfach. zack, zack, zack. Wenn ihr es wirtschaftlich haben wollt, lasst den Speicher weg. Nur wenn er hoch mit Zuschuss wird, baut ihr ihn hin und dann passt das alles. Also auch da können wir uns eine ganze Menge Arbeit und E-Mails sparen, wenn ich da nicht immer wieder Zustellung nehmen sollte. So, dann gibt es noch ein paar Sachen, die mich ärgern, aber das sind jetzt alles ein bisschen Kleinigkeiten. Und zwar, ich lese ja auch Kommentare unter anderen Leuten Videos und werde da ja auch manchmal erwähnt. Was ich auch ganz nett finde, dass mein Name, mein Kanal woanders erwähnt wird, ich sage ja immer, teilt meine Videos überall hin, wo ihr meint und verbreitet das alles, weil das natürlich gut für mich, für den Kanal ist und sicherlich auch vielen Leuten helfen kann. Und ich versuche ja auch immer vielen zu helfen. Was ich aber komisch finde, ist, wenn da dann irgendwelche Sachen erzählt werden, die ich nie gesagt habe. Also, Weißnich hat gesagt oder in Weißnichs Welt wurde gesagt, das und das und das, wo ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass sie gesagt haben. Und ich kann mich ziemlich gut an die Sachen erinnern, die ich selber so sage. Einer hat letztens unter dem Laudelei Reaction Video, also, der Herr Laudelei hätte ja auf mein Video auch noch reagiert, zum Beispiel behauptet, ich hätte ihm eine Rechnung für eine PV-Beratung geschickt oder schicken wollen oder sonst irgendwas. Ich habe noch nie jemandem eine Rechnung für eine PV-Beratung geschickt, um das mal. Ich habe auch noch nie wirklich Geld dafür verlangt. Es haben Leute was dafür gegeben, aber dann, wie gesagt, in diesem Modus freiwillig, ich spende oder beziehungsweise Geschenke über Paypal, aber nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst jetzt das und das und das geben. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht und da ist auch noch ein Thema. Es gibt auch so Leute, die denken, dass ihre Anfragen irgendwie anders bearbeitet werden, wenn sie mir dann irgendwie andeuten, dass sie was über Paypal schicken wollen. Das hat gar keinen Einfluss. Ich mache das aus Freiwilligkeit. Wenn ihr was geben wollt, dann gebt ihr das. Wenn ihr nichts geben wollt, dann gebt ihr nichts. Aber kündigt nicht an, irgendwas zu geben, wenn ihr danach nichts geben wollt. Weil das blöd. Das nervt mich. Das ist irgendwie, da fühle ich mich verarscht. Das ist so. Also, in diesem Sinne. Gut, dann habe ich heute wohl auch genug gemotzt oder gemeckert. Ich weiß gar nicht, warum, aber das musste jetzt einfach alles mal so ein bisschen raus. Dann kann ich wieder in Ruhe meine Kanalarbeit hier machen. Ist auch nichts gegen was gesagt. Also, ich freue mich darüber, dass ihr da seid. Ich freue mich darüber, dass ihr so mitmacht. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Und wie gesagt, wenn da irgendwas total dämlich ist, dann ist es halt manchmal verschwunden. Dann ist es auch so. Aber, in diesem Sinne, nichts für unjut. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, dass mein Video zum Thema meiner zweiten Anlage dann demnächst kommt, die nächsten Tage irgendwann. Und dann geht das wieder so weiter und seinen Gang und wir sind Politik erstmal wieder ein bisschen los. Kommt demnächst das Sommerpaket, dann geht es von vorne los mit dem Deuten und diskutieren um irgendwelche Inhalte. Da bin ich noch sehr gespannt, was da kommt. Steuerbefreiung und dergleichen soll ja kommen. Da warten wir dann drauf. Ciao, ciao.